Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute nur von mir. Und zwar gibt es mal wieder einen DM-Hall, denn ich war bei DM und war ein bisschen shoppen. Und ich habe auch ein paar Produkte gekauft, die ganz neu im Sortiment sind. Und darum dachte ich, ich zeige euch das heute. Am Ende möchte ich auch nochmal kurz über eine aktuelle Serie sprechen, die ich gerade schaue. Also bleibt am besten dran. Viel Spaß! So, da fange ich direkt mit diesem Deo an. Das ist nämlich neu, glaube ich. Das heißt Soft Rock. An irgendwas... Erinnert mich das? Ich glaube so an Impuls. Kennt ihr noch Impuls? Das war, als ich jünger war, voll der Shit. Alle hatten Impuls, Deos. Und im Gericht ist genauso. Also so ein bisschen süßlich. Eher... Also nicht so sportlich, sondern eher süßlich. Sehr blumig. Also ich mag es total. Und das heißt Soft Rock von Balea. Und das ist auf jeden Fall neu und deswegen habe ich es direkt mitgenommen. Dann habe ich mir direkt ein paar Pulmolz gegönnt, weil ich nämlich... Ein Tag! Es war gerade der erste Herbsttag und ich habe schon Halsweh. In Geschmacksrichtung Cassis. Die habe ich immer in der Handtasche. Die rasch sind zwar, wenn ich laufe, aber das ist egal. Dann habe ich mir ebenfalls für den Herbst so Badezeug gekauft. Ihr wisst ja, ich kaufe sowas immer in der Packung Duftprobe. Das riecht komisch. Die kosten 55 Cent. Und ich finde es eigentlich gar nicht so teuer. Und das hier ist Orchidee Vanille. Und das hier habe ich jetzt noch gar nicht gehabt. Das heißt Granatapfel und Orange. Der Granatapfel riecht sehr stark und ein bisschen bitter, aber ich werde es mal probieren. Bei DM gibt es ja seit neuestem auch Nix. Oder Nix, oder wie man das ausspricht. Und ich habe mir den Wonder Stick gekauft. Das ist ein Highlighter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Contouring-Stift. Also hier ist er ganz hell. Und hier ist er fast schon zu dunkel, muss ich sagen. Ich kann es mal hier zeigen. Das ist schon extrem dunkel, aber naja. Ich habe ihn jetzt heute mal benutzt. Also bei Contouring bin ich eh noch so ein Otto, weil ich kann das nicht so gut. Ich habe nämlich auch vor kurzem diese Contouring-Palette auch für Nix gekauft. Und da wurde mir immer gesagt, die wäre total geil und so. Und ich habe die ja auch der Golde zum Geburtstag geschenkt. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ich kann es halt nicht. Also mit dieser Palette kann ich es überhaupt nicht. Der ist auch nur so leer, weil er mir runtergefallen ist. Deswegen fand ich den Stick jetzt ein bisschen besser, weil der macht dünnere Striche. Und gerade so auf der Nase kann ich irgendwie damit besser arbeiten. Ich bin halt einfach noch nicht so gut im Contouring. Konturiert ihr eigentlich euch auch schon? Schreibt mir das mal drunter. Das würde mich echt interessieren. Weil manche können das voll gut und ich kann es zum Beispiel echt nur so mittelmäßig bis schlecht. Dann habe ich mir diesen Nagellack gekauft von Maybelline Yade. Der heißt Colorshow 262 in Pink. Aber der trocknet total schnell. Also hier steht auch 60 Sekunden drauf. Der trocknet wirklich super schnell und hält auch echt lange. Besser als die ganzen Essence-Nagellacke und so auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mir den gekauft. Und vielleicht kaufe ich mir demnächst noch eine andere Farbe. Okay, bei NYX habe ich wohl zugeschlagen. Ich habe nämlich noch einen... Ich habe mir noch einen Eyeliner gekauft von NYX. Und zwar ist der auf der Seite so... Also mit so einem... Wie nennt man das? Mit so einem Liner. Mit so einem feuchten Stift halt. Und auf der anderen Seite ist halt ein richtiger Stift... Also ist es eher so wie beim Kajal auch. Und der malt ziemlich stark. Also sehr, sehr schwarz. Ich benutze aber meistens die Liquid-Seite. Ich finde die irgendwie ein bisschen besser. Weil die andere auch ständig abbricht. Und das habe ich halt echt öfter leider. Dann habe ich mir eine Brausetablette Magnesium von Kneipp geholt. Ich trinke die jeden Morgen. Weil mir mein Arzt mal gesagt hat, ich soll mehr Magnesium zu mir nehmen. Und die schmecken jetzt nicht richtig geil, finde ich. Aber die sind ohne Zucker. Und ich hau die mir morgens in ein Glas Sprudel rein. Und da ist eben Calcium, Magnesium und so drin. Und zwar habe ich mir noch von NYX. Also ich bin wirklich ein NYX-Opfer. Das habe ich noch gar nicht aufgemacht. Einen Lippenstift gekauft. Und zwar heißt der Butter Gloss. Und ich fand den irgendwie cool. Ich habe... Ach, das ist ja gar kein Lippenstift. Das ist ein Lipgloss. Also ich muss mal gucken, ob der überhaupt malt. Ja doch, der macht schon eine richtige Farbe. Und keine Ahnung. Ich habe zur Zeit sehr gerne diese ganzen Lipgloss. Die so ein bisschen Geschmack haben. Die habe ich immer gerne in der Handtasche dabei. Und ich muss zugeben, ich stand jetzt so ein bisschen am NYX-Stand und habe einfach mal gekauft, was ich gesehen habe, weil ich einfach das alles mal ausprobieren wollte. Weil ich gar nicht so viel von NYX bisher hatte. Und jetzt wollte ich es eben mal testen. Schreibt mir doch mal hier drunter, was ihr von NYX so benutzt. Also welche Produkte ihr da am besten findet. Das würde mich echt interessieren. Vielleicht kaufe ich mir dann auch da mal was nach. Außerdem könnt ihr uns auf YouNow freuen. Da wollen wir in Zukunft wieder ein bisschen öfter streamen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da Abonnent werdet. Und ich hatte ja jetzt gesagt, dass ich auch noch kurz in eine Serie sprechen will. Und zwar schaue ich gerade Scream. Und ich habe immer Angst gehabt und wollte diese Serie einfach nicht sehen. Ihr wisst, ich bin da so ein Schisser. Aber jetzt habe ich mir die erste Staffel am Wochenende morgens angeguckt, damit ich keine Angst habe. Und sie war schon krass, aber nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich finde so, wie sie dann ermordet werden, die Leute, finde ich schon ein bisschen heftig. Da gucke ich auch meistens weg. Aber der Fall war schon echt spannend. Wobei ich ja da auch schon vorher mal vermutet habe, dass am Ende der, die das, jenige der Mörder ist, der es dann auch war. Aber jetzt bin ich bei Staffel 2. Bitte nicht spoilern. Bitte, bitte, bitte. Und ich bin echt gespannt, wer es diesmal ist. Ich habe auch schon wieder ein paar in Verdacht. Ich möchte natürlich nichts sagen, damit ihr den Spaß auch nicht verliert. Allerdings fand ich die Szenen schon sehr blutrünstig. Also ich kann das abends nicht gucken und alleine erst recht nicht. Aber wenn ihr noch ein paar Serien habt, die mir vielleicht auch gefallen könnten, schreibt es gerne mal hier drunter. Gerade so, was bei Amazon Prime oder Netflix läuft, weil zurzeit schaue ich eigentlich nur auf diesen beiden Seiten. Denn wir brauchen jetzt alle eine andere Serie, bis PLL endlich weitergeht. Und gerade jetzt im Herbst schaut man ja echt super viele Serien. Ja, das war es eigentlich schon. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.